Herzlich Willkommen zu unserem Technikvideo vom Caravan Salon 2024. Wir haben einige Neuigkeiten entdeckt, die wir euch sehr gerne zeigen. Das neue elektronische, professionelle und TÜV zugelassene System, mit dem man die Außenspiegel abbauen und durch elektronische Kameras ersetzen lassen kann, stellt uns Harald Schäfer von der Firma Caratec vor. Neues gibt es auch von EcoFlow, ein Aufbaubatteriesystem, das angeblich jederlei einbauen kann und von 2 bis über 40 kWh betrieben werden kann. Miriam von der Firma Solbio stellt uns neue biologisch abbaubare Reinigungsmittel vor, für den Wassertank und natürlich auch für das Fahrzeug. Marco von der Firma Detford erklärt mir, wie ich die Dichtung der Toilettenkassette getauscht bekomme, damit endlich das Entleeren selbiger wieder hygienisch einwandfrei erfolgen kann. Wir haben wieder alles in Kapitel unterteilt, sodass ihr ruhig vorwärts scrollen könnt, wenn euch ein Thema nicht interessiert. So, also diesmal geht es ja hauptsächlich um Technik, um Neuigkeiten. Und als erstes stellen wir einen Stand vor, der keine Neuigkeit ist. Das ist bewährte Technik. Aber da schauen wir mal wieder ganz verbreitet. Da ist der Jack, den ihr alle schon kennt von X-Over. Hi, servus. Und das ist die ultimative Taschentechnik des Demonstrierchens. Dann checken wir mal. Machen wir doch jetzt einfach gleich mal. Jawoll. So, also, kennst du ja grundsätzlich schon, aber erstmal ist das Schulter beitragbar. Ich kann festziehen, bis du sitzt. Und auch gerne mal, wenn ich was brauche, den Gurt lösen und mir einfach mal schnell nach vorne holen, ohne eben bloß den Rucksack abstellen zu müssen. Jetzt kennt man es aber, dass wenn ich mit so einer Crossback, als Beispiel, noch mal aufs Fahrrad steige, verrutscht die ja sehr leicht. Oder drückt eben auf Dauer, dann läuft er irgendwann auf der Schulter. Dafür gibt es hier dann das Drei-Punkt-Trage-System. Geht mittig einmal durch, hat dann gemeinsam festgezogen. Dadurch sieht man schon, die Tasche kann eben nicht mehr verrutschen, aber ich habe eben weiter in diese Arm- und Schulterfreiheit gebracht. Dazu kommt dann seitlich auch immer noch der Schnellverschluss, mit dem ich hier ganz einfach dann raus- oder reinkomme. Also wir nutzen das selber und wir finden das auch gut und haben jetzt für euch einen Rabattcode rausgeholt. Genau, so machen wir es. Jeder, der kommt und sagt, Ossi und Helle sind klasse, der kriegt 5 Euro Rabatt. Und jeder, der kommt und sagt, Ossi und Helle sind blöd, der muss 10 Euro mehr zahlen. Genau, so machen wir es. Also, in dem Sinne, schauen wir mal vorbei. Halle 3, Stand D19, ein bisschen versteckt. Geht zum Check, der macht das mit euch. Genau, so machen wir das. Für alle, die eine Kassettenlösung haben in ihrem Toilettensystem, stellt sich irgendwann die Frage, wie kriege ich die beim Formausleeren wieder dicht? Ich ziehe nämlich auch immer so eine kleine Schleifspur hinter mir her und da habe ich mir schon eine Dichtung besorgt, aber ich habe keine Lösung gefunden, wie ich die reinkriege. Und jetzt treffe ich hier den Marco. Hallo. Und der erklärt es nicht nur mir, sondern auch euch. Also, Marco, als erstes müssen wir diesen Schieber raustun. Genau. Als erstes machen wir den Schieber einfach weg. Der sitzt ja im Regelfall. Kleiner Tipp, Handschuhe anziehen. Das ist jetzt hier eine neue Toilette, ja? Genau. Also es gibt ja quasi zwei Möglichkeiten. Auf jeden Fall nimmt man den Schieber erstmal raus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn die Toilette benutzt ist, kann man den Schieber als Hebel benutzen. Sollte aber vorsichtig dabei umgehen. Das heißt, möglichst weit rein schieben, damit wir eine möglichst große Auflagefläche haben, damit wir nichts abbrechen. Ja. Sollte man beim Ziehen das Gefühl haben, dass man zu viel Kraft, auch wenn der Grundstoff möglicherweise brechen sollte, Vorsicht. Sofort aufhören. Ja. Sofort aufhören, andere Maßnahmen treffen. Ja. Und jetzt findet man hier auf diesem Deckel, damit man überhaupt jetzt mal weiß, was man tun muss, ein kleines Dreieck, also quasi ein Pfeil. Ja. Und dieser Pfeil zeigt auf einen geschlossenen Kreis. Ja. Ein Stückchen weiter ist ein offener Kreis. Und wenn wir dieses Dreieck jetzt im offenen Kreis drehen, ist der Bajonettverschluss geöffnet. Jawohl. Und was hat es mit dem auf sich? Das zeige ich auch sofort noch. Noch ein kleiner Tipp, wenn das wirklich zu schwergängig gehen sollte, es ist meistens bei Toiletten so, die schon eine Zeit lang benutzt werden, nehmen Sie sich ein bisschen Silikonspäh, spülen Sie es in diesem Röller, warten Sie bis zum nächsten Tag und versuchen Sie es nochmal. Ja. Meistens hat sich das dann ein bisschen, ist das dann reingelaufen, das Silikonspäh, man kann es leichter lösen. Ich demonstriere das jetzt einmal mit dem Deckel, aber bitte wie gesagt immer mit Vorsicht. Immer mit Vorsicht. Gegenhalten und mit gleichmäßigem Druck, nicht hektisch werden, gleichmäßiger Druck und irgendwann, das finde ich, dass er sich in der richtigen Position macht, kann ihn aufmachen. Jawohl. Der kleine Hebel, den wir hier sehen, den du gerade angesprochen hast, das ist eigentlich der Hebel, über den du die Toilette öffnest, bevor du die benutzt. Das heißt, hier drüber kannst du die Kassette in deine Toilette reinschiebst, in deinen Kassettenschacht, dann fährt da ein Schlitten drüber und diesen Schlitten, den bewegst du oben mit deinem Hebel an der Toilette und überträgst damit die Hebelbedienung auf. Also ich brauche den nicht bedienen, um die Dichtung auszutauschen? Nein, nicht unbedingt, du kannst es zulassen, du wirst gleich sehen, dass du es einmal bewegen musst, nämlich wenn du es umdrehst, dann siehst du, dass insgesamt, im Moment siehst du es eben nicht, aber insgesamt befinden sich hier sechs Schrauben außerdem und um alle sechs Schrauben zu erreichen, musst du zwangsläufig irgendwann den Schieber zur Seite bewegen, damit du auch die anderen erreichen kannst. Eine erreicht du durch dieses Loch, die anderen oder vier weitere so und die letzte Schraube nur, wenn du den Schieber wieder zumachst. Gut. Und diese Schrauben bitte nicht ganz rausdrehen, besteht nur die Gefahr, dass man die Schrauben verliert. Ist ein besonderes Maß, die kriegt man auch nicht im Baumarkt nachzukaufen. Bitte immer nur eine halbe bis eine Umdrehung diese Schrauben lösen, Deckel umdrehen, dann ist die Dichtung so lose, dass man die ganz locker entnehmen kann. Man kann die neue reinsetzen, die setzt sich automatisch in ihren Sitz, man dreht das Ganze wieder um, zieht die Schrauben wieder fest und die Dichtung ist gewechselt. Also, und in Zukunft gibt es keine Schleifspur mehr hinterher, wenn man die Dichtung auslädt. So soll es sein, ne? Ja. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, genau. Also, vielen Dank für den Hinweis. Ich probiere es dann auch gleich aus, wenn wir daheim sind. Also, wir sind ja bekannt als Freunde der Umwelt und als Freunde der Umwelt benutzen wir bei unserer Toilette natürlich keine Chemie, sondern immer Solvio und wir haben auch über Solvio schon mehrmals einen Bericht gemacht und jetzt sind wir da am Stand vorbei und da sagt die Miriam, wir haben neue Produkte, wollen wir dir die mal vorstellen? Na klar, Miriam, vielen Dank. Wir stellen dir selbstverständlich sehr gerne vor. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ihr seid ja schon treue Kunden von uns und habt bislang für die Toilette immer unsere altbewährte Verpackung genutzt für die 40 Anwendungen und wir haben so viele Kunden nachfragen gehabt, die gesagt haben, ach, ich hätte das gerne, ich nehme aber zwei Verpackungen mit, habt ihr nicht irgendwo so ein Mittelding zwischen 1,6 und den 10 Litern? Und da haben wir jetzt ganz neu am Markt unsere 3-Liter-Verpackung. Könnt ihr hier an der Seite aufmachen, dann kommt der Hahn raus und ihr könnt es ganz gewohnt benutzen. Was ich immer wieder in den Gesprächen feststelle, was viele nicht mitbekommen ist, dass man das Produkt nicht nur für die Toilette nutzen kann, sondern auch zur Grundreinigung des Abwassertanks oder wenn wir zwischendurch mal Nudeln, Pasta gekocht haben, was extrem stärkerhaltig ist, als Geruchsverhinderer. Jawohl, haben wir auch schon den Abwassertank reingefüllt und der ist dann blitzblank sauber. Also das sind 1,6 Liter. Genau. Und hier haben wir jetzt die doppelte Menge drin. Spart Platz, wenn es eng wird im Wohnmobil. Genau, danke. Und worauf ich aber besonders stolz bin, ist unsere drei neuen Produkte, die wir jetzt rausbringen. Und zwar zum einen, passend zum Toilettenbereich, haben wir hier einen schönen Küchen- und Badreiniger, der sehr schön nach Zitrone und Rose riecht, also für unsere Damen etwas. Und damit kann ich sämtliche Oberflächen, sei es die Toilettenschüssel, sei es das Waschbecken oder die Dusche, kann ich damit reinigen. Vorteil ist, wir haben es ganz bewusst farblos gelassen, weil du sprühst es auf und es entsteht so eine leichte Bläschenbildung. Also du siehst, wohin du es sprühst. Und dann brauchst du es einfach nur wegwischen. Das entfernt auch Seifenreste und ist wie alle unsere Produkte zu 100% biologisch abbaubar. Also kein Greenwashing, sondern wirklich die höchste Öko-Zertifizierung. Weiteres Thema ist, wenn wir nach draußen gehen, haben uns immer wieder viele angesprochen, Mensch, diese unliebsamen Regenwasserstreifen. Du kennst sie auch, die schwarzen Streifen, sie kommen immer wieder. Und die meisten Produkte kriegen die Regenstreifen sehr gut work, sind aber eben auch hochgradig chemisch. Das heißt, wenn du damit mal auf dein Acrylglasfenster kommst, hinterlässt es irgendwann die Mattierungen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir haben unser Produkt dahingehend intensiv getestet. Es hinterlässt also keine Rückstände auf den Acrylglasfenstern. Und du brauchst es nur aufsprühen, wegwischen. Also auch die Regenstreifen, die da am Rummer bilden. Die Regenstreifen, genau. Wenn es hartnäckige Streifen ist, dann sprühst du es ein, lässt es mal kurz einwirken und wischst es dann weg. Also da ist kein großer Aufwand. Und wie ist es mit Diesel dann? Wenn ich da Diesel einfülle, dann läuft manchmal auch ein paar Tropfen runter. Das kannst du auch damit wegmachen. Also, das ist eine super Sache und das probieren wir auf jeden Fall aus und zeigen es euch natürlich. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und dann als drittes neues Produkt tragen wir uns in den Wassertankreinigerbereich vor. Das ist eigentlich auch eine logische Sache. Und zwar haben wir hier auch einen Wassertankreiniger, der die Leitungen und schlechte Brüche entfernt und reinigt. Das wäre jetzt ausreichend für einen 160 Liter Tank als Start. Natürlich, wenn du nur einen 80 Liter Tank hast, dann nimmst du einfach nur die Hälfte. Hat denn auch wieder den Vorteil, als Rückstände bleibt eigentlich... Für 160 Liter ist es. Das ist jetzt für 160 Liter, ist auch ein 2-in-1-Produkt. Und das schüttelt man einfach rein und fährt ein bisschen durch die Gegend. Genau, dann füllst du mit Wasser auf, drehst einmal die Hähne auf, damit sich eben auch die Leitungen füllen können. Ach so, und das Wasser kann ich dann benutzen, wo das drinnen ist? Nein, das ist ja zur Reinigung. Ah, okay. Du machst das Produkt in den Frischwassertank rein. Dann füllst du den Frischwassertank auf mit Wasser. Komplett? Genau. Dann drehst du die Hähne auf, damit sich die Leitungen füllen können und auch die Therme. Ja. Hähne zudrehen, einwirken lassen. Wenn du magst, kannst du auch rumfahren. Dann lässt es einwirken. Ich empfehle immer einmal über Nacht. Das reicht aber, wenn du das vier Stunden einwirken lässt, lässt es ab als kleiner Tipp. Ich lasse das Wasser immer noch in den Grauwassertank rein. Da macht es da schon mal eine Vorreinigung. Das ist zwar nicht zu 100 Prozent sauber, aber schon mal leicht vorgereinigt. Und dann spülst du einfach nochmal mit einem Vierteltank nach, sodass die Rückstände rauskommen. Wobei das Produkt spaltet sich einfach nur auf den Sauerstoff und Wasser. Das heißt, du hast da auch keine Chemie wiederum drin. Die Gefährdung ist. Aber wenn ein bisschen was zurückbleibt, weil ich es nicht richtig nachgespielt habe, das wäre auch nicht schädlich. Du gibst nicht den Punkt. Schmeckt vielleicht ein wenig blöd. Das wäre das Einzige. Aber du kannst deiner Frau erhalten. Also, wir probieren die Dinge aus und wir berichten zu gegebener Zeit davon. Das heißt, es berichtet dann die Wussi, weil die ja die Fachfrau ist in der Beziehung. Sehr gern. Und können wir empfehlen, soll wir auch Halle 14 stand? Halle 13 stand C10. Also, sie sind schon weitergekommen. Sie sind schon weitergekommen. Ja, ich danke dir recht herzlich. Ich danke für die Vorstellung. Ich danke für die Vorstellung. Ja, ich danke für die Vorstellung. Ich bin ein EcoFlow-Produkt, falls ich zu Hause benutze. Für alle die, die EcoFlow noch nicht kennen, möchte ich das Unternehmen kurz vorstellen, bevor wir zur Produktion präsentieren. EcoFlow ist hervorgegangen von einer Gruppe von Ingenieuren, die aus dem Bereich der Elektromobilität Also mit 50 kWh ermöglicht Ihnen locker sieben Tage irgendwo ohne jegliche Energiezufuhr zu campen. Die große Frage ist natürlich, wie lange brauche ich denn um 45 kWh zu laden? Kein Problem, Sie haben 11 kW Ladeleistung, wenn Sie alle kombinierten Lademöglichkeiten nutzen. Das heißt 4.500 Watt. Alternativ zum Landstrom können Sie über denselben Eingang natürlich auch einen externen Stromgenerator benutzen. Unser Smart Generator zum Beispiel, der sowohl auf Stromspeicher bis 45 kWh, den Sie in kürzester Zeit mit 11 kW Ladestrom aufladen können. Wir haben kostenlose Energie durch die Photovoltaikmodule. Das ganze System ist kompakt und leicht einzubauen. Sie haben vier verschiedene Lademethoden und Sie haben alles stets unter voller Kontrolle. Das Powerkit ist in Europa und in Deutschland ab dem vierten Quartal über unsere Fachhändler verfügbar. Und ich möchte Sie jetzt einladen, einfach nochmal auf unserem Stand zu schauen. Meine Kollegen beantworten Ihnen gerne Fragen. So, jetzt sind wir am Stand von der Firma EcoFlow. Da haben wir ja schon Etliches vorgestellt. Wir haben ja eine Bauerstation vorgestellt und auch der hat jetzt wieder bestätigt, dass man mit der Bauerstation perfekt ins Wurbel einspeisen kann. Also das, was da viele extrem haben, ich bringe die Leute um, das ist total daneben, ja. Die ist dafür geeignet und jetzt haben die das Ganze sogar noch perfektioniert. Das heißt, man braucht sich jetzt keine Lithiumbatterien mehr einbauen. Es gibt Batterien von EcoFlow, die man einfach das Ganze drumherum, also die ganze Infrastruktur, die diese Batterien brauchen, die ist in einem kompakten Gerät, also in einem Hub zusammengefasst. Da braucht man das nur noch einsteigen, kann angeblich jeder selbst installieren. Und von zwei bis 45 Kilowattstunden kann man hier das System stellen. Wir zeigen es jetzt einmal. Also ganz tolles System, was jetzt dann demnächst auf den Markt kommt. Da gibt es sicherlich noch Näheres zu berichten. EcoFlow ist auf jeden Fall diesbezüglich einen Besuch wert. Halle 14, Stand B 50, Caravan Salon 2024. Genau. Und wir stehen wieder bei der Firma Karatec. Wie ihr wisst, haben wir ja schon einiges vorgestellt, auch in Bezug auf Kamerasysteme. Da gibt es ja dieses neue, diese Seitenkamera, die wir schon in drei Videos vorgestellt haben, mit denen wir auch zufrieden sind. Aber da gab es das System noch nicht, was jetzt auf der Messe entdeckt wurde von mir. Und das ist ganz neu. Und hier ist der Harald. Er ist der Geschäftsführer der Firma Karatec. Und er wird uns mal ganz kurz erklären, was Karatec jetzt auf dem Markt gezaubert hat. Es ist unglaublich. Ja, wir haben ein Spiegelersatzsystem, was wir hier erstmals auf dem Caravan Salon zeigen. Spiegelersatzsystem heißt, die Originalspiegel, die dran sind, also die Busspiegel oder die kleinen, bei Nisman und Bischof zum Beispiel, die können weg. Anstelle dieser Spiegel montieren wir diese Kameras. Es sind hier auf dieser Seite zwei Kameras. Die ist die linke Seite. Auf der rechten Seite haben wir sogar drei Kameras. Dann ist hier unten auch noch eine drin, die ein Blindspotter noch mit abdeckt. Und haben natürlich dann zwei Monitore, zweigeteilte Monitore. Hier auf dieser Seite und auf dieser Seite. Das wird dann an der A-Säule montiert, also vorne an der Scheibe. Das funktioniert natürlich integriert in Leinen. Im Teil integrierten mit der Original-A-Säule sind die natürlich viel zu groß. Und damit sehe ich deutlich mehr als mit einem normalen Spiegel, mit allen Vorteilen vom System. So was gibt es schon eine Zeit lang? Bei Actros, glaube ich. Genau. Also das erste Fahrzeug, was ich so kenne, wird bei uns in der Gegend produziert. In der Südpfalz ist der Mercedes-Benz Actros. Dann sieht man ja, der hat nur noch diese kleinen Hauslieger da oben. Ja. Und hat eben natürlich den E-Modicore drin. Und da gibt es einen Bedarf bei Wohnmobilisten, die sagen, ich will nicht mehr diese ausladenden Dinge haben. Ich habe Probleme da durchzugucken, wenn die Seitenscheiben beschlagen sind oder auch in der Nacht. Und mehr und mehr Leute interessieren sich eben für Spiegelersatzsysteme. Gibt es tatsächlich schon eine Zeit lang? Ja, aber nur bei Actros. Also bei den kleineren Fahrzeugen, soweit ich weiß, hat es noch keine Zutassung gehabt. Auch der Tesla hat es ja noch nicht bekommen, obwohl er es ja schon theoretisch könnte. Ja, es gibt schon ein paar Fahrzeuge. Der Audi Q5 ist so der erste, ne, irgendein Audi, ich habe keine Ahnung. Also da war das schon eine Zeit lang drin. Ah, ok. Und bei Moreno wird es auch schon eine Zeit lang angeboten bei den großen Fahrzeugen. Ja, bei Actros. Man kann es abwerken, ja nicht nur beim Actros, sondern auch bei den kleineren. Man kann es mitbestellen, relativ kurzspielig. Aber zur Nachrüstung gab es das nicht, weil einfach das Thema Zulassung ein bisschen problematisch ist. Weil man kann sich vorstellen, wenn man die Spiegel abbaut und dafür Kameras und Monitore einbaut, das ist ja schon sicherheitsrelevant. Natürlich. Und da kann man nicht irgendwas dran machen. Ist euer System jetzt zugelassen? Das heißt, ich könnte meine Spiegel abbauen und könnte dieses System verwenden? Genau, das ist der Unterschied. Das heißt, wir haben die Freigabe, auch die ist abhängig vom Fahrzeugtyp. Also unser System haben wir zusammen mit Axion gemacht. Das ist zugelassen für Wohnmobile, aber auch für LKWs. Damit haben wir jetzt nichts zu tun. Und das funktioniert so, dass wir das System bei uns einbauen. Danach muss das Fahrzeug zum TÜV und bekommt dann eine Abnahme für dieses System. Dafür gibt es Prüfgenehmigungen, die gehören zu dem System dazu. Und die tragen das dann an und hinterher wird es in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Nur dann darf ich damit ja auch durch die Gegend fahren. Also das heißt, jeder der ein Wohnmobil hat, egal ob drei Jahre oder zehn Jahre alt, der kann zu dir kommen. Kann sagen, mach mir meine Spiegel runter und mach mir dafür dieses System an, weil ich nicht mehr mit Spiegel fahren will. Also gilt für Liner, für Vollintegrierte. Bei anderen Fahrzeugen wird es halt für der Montage schwierig und es wird auch schwierig, dann die Monitor da runter zu bringen. Aber für Vollintegrierte und für Liner ist es kein Problem. Genau. Und ist zugelassen. Genau. Eine Wahnsinnssache und es gibt noch etwas, was ich ganz toll finde. Nämlich, wer keine Rückspiegel im ProMobil hat, weil es ja wenig Sinn macht, der kann sich hier einen zulegen. Da sehen wir hier die Rückspiegel und da oben sieht man die Kamera dazu. Also selbst das gibt es jetzt bei Karatek und ist wahrscheinlich auch alles zugelassen natürlich. Das braucht ja so eine Zuckerzulassung der Rückspiegel. Doch, das braucht eine Zulassung. Das wissen viele Leute gar nicht. Ein Innenspiegel braucht nicht nur die Elektronik zulassen und der ECE R10, sondern braucht auch die ECE R46. Und die hat er natürlich dann auch wie unser normaler Spiegelmonitor, den wir schon seit einigen Jahren im Programm haben. Und jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Frage. Weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, weil über Geld redet er nicht. Was kostet das System? Wir bieten das komplett bei uns in Landau ein mit dieser TÜV Eintragung, mit der kompletten Montage, mit der Hardware und liegen dabei ungefähr 5.000 Euro. Fix und fertig eingebaut. Das heißt für diese beiden Kameras und für die Spiegelmonitore mit der Option noch einen zusätzlichen Monitor für den 3.000 Euro einzubauen. Also auf 5.000 Euro und dann ist das ganze System verbaut. Habt ihr schon Erfahrung damit gesammelt oder ist das jetzt die erste Generation? Na, das ist nicht die erste Generation, aber das ist die erste Generation, die wir tatsächlich nachrüsten können, weil es eben das Gutachten dafür auch geht. Also wir freuen uns auf die ersten Kunden, denen wir das dann noch einbauen können. Also schaut doch mal, vielleicht seid ihr dabei. Gibt es Termine überhaupt noch bei euch? Denn ihr seid ehrlich. Ja, wir sind wirklich gut ausgelastet. Wir haben jetzt eben Ende August nächster freier Termin für den Einbau eines solches Systems bei uns in Landau ist tatsächlich im Januar. Wir haben zwei neue Einbauer eingestellt, um das ein bisschen zu entschärfen. Aber die Nachfrage bei uns ist schon wirklich groß. Ja, ich weiß nicht. Also Appell an interessierte Händler, Händler, die Ahnung von Elektronik haben, die Lust haben sich damit zu beschäftigen, meldet euch gerne bei uns. Wir müssen das nicht alles bei uns in Landau alleine machen, sondern wir zählen auch auf unsere Händler. Also, das ist ja ein Wort. Geht zu Landau, nach Landau, zu Karatek, lasst euch schulen, dann könnt ihr das einbauen. Ja, und natürlich dann auch entsprechend vertreiben. Und die Kunden, die das nicht einbauen können, die können sich einen Termin für Januar geben lassen, wenn das Mobilierung steht und am nächsten Sommer seid ihr elektronisch unterwegs. Genau. Wie toll. Harald, vielen Dank für das Gespräch. Und auch viel Erfolg auf der Messe. Danke für euch, viel Spaß. Danke. Das waren einige Neuigkeiten, die wir auf der Messe entdeckt haben. Selbstverständlich folgen noch Vorstellungen von einigen Wohnmobilen in den nächsten Tagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bauch. Bauch. Und amour der Messe erschienen.